German Assi Speed Challenge! Willkommen bei der Silver Assi. Wir fahren heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, den Axial Yeti. Der Logger zeigt 5,1 kmh. Herr Doktor, kann man das erkennen? Ja, kann man. Wir haben heute den 25., nee, den 23., irgendwie so den 10., auf jeden Fall Ende Oktober. Das ist der Axial Yeti als Kit. Kombo ist der Castle Mamba X mit 2200 kv, Übersetzung ist top und wir haben vier Äste. Here we go. Da waren wir doch nie auf Endgeschwindigkeit. Wenn du kreist wie ein Panzer. Was haben wir denn hier? Wow, das ist aber mal ein Lass. Das ist genau geworden. 50,0 kmh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im Anschluss folgt... Da sieht man nochmal die wunderschönen Details der inneren Karo. Optisch sagte der Doktor eben schon, ist das richtig fett. Da kann man das nochmal sehen. Du bist ein Esel. Warum hältst du das denn nicht gerade? Nachher auf dem Computer sieht man das... Weil ich nicht weit genug runterkomme, du Ochse. Du bist doch ein Esel. Mein Gott. Esel und Ochse, ne? Esel und Ochse hier. Fehlt nur noch, dass Jesus kommt. Logger zeigt 0,0. Wir haben 6 S-Lipo drin. Meine Gens Ace mit 6000 mAh sind da drin. Und die passen auch so gerade eben da rein. Also einen Millimeter mehr und das wäre fatal. Leo ist frei. Ach, Leo ist da gleich nach. Ist frei. Ein Glück, dass die Pellen nicht balloonen, ne? Minimal. Minimal. Aufbau hat er auch schon gemacht. Was tippen wir? Ich tippe auf 75. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Geil, das ist cool. Das finde ich cool. Wow. Geil. Oh, haben wir uns aber vertan, Kollege. 83,9 kmh. 83,9. Und wie ihr seht, den First Run konnten wir jetzt auch noch nicht machen, weil... Man sieht das auf der Karosserie ja so ein bisschen, auf der wunderhübschen Karosserie. Wir haben heute ein bisschen Regen und wir wollten den beim ersten Run auch noch nicht voll einsauen. Eigentlich ist das nicht typisch für uns, oder? Eigentlich nicht, nein. Du hast sogar Dreck auf der Mütze. Ich weiß. Ja, wir wollten ihn heute noch nicht voll einsauen. Das machen wir beim nächsten Mal. Sehr schick. Vielleicht. Sehr schick. Sehr, sehr schönes Auto. Ja. Die Geschwindigkeit habe ich schon mal gezeigt. Freut euch mal auf den First Run, der dann morgen kommt. Ciao, ciao. Ciao. Alright.